Es ist ganz normal, dass etwas Luft aus Ihrer Maske entweicht. Diese sollte allerdings nicht in Ihre Augen gelangen oder Ihre Erholung während der Nacht beeinträchtigen. Um Leckagen zu beheben, versuchen Sie den Sitz der Maske zu korrigieren, indem Sie diese gerade von Ihrem Gesicht wegziehen und dann vorsichtig wieder aufsetzen. Sie sollten spüren, wie die Luft durch das Ausatemventil entweicht. Dies muss offen bleiben, um Rückatmung zu vermeiden. Ziehen Sie das Kopfband niemals zu fest. Entweicht zu viel Luft, versuchen Sie es mit einer anderen Kissen- oder Rahmengröße.